Mal ein kurzes Hallo, will ich sagen. Ja, ich lasse es mir gut gehen. Im Hintergrund seht ihr den Zeltplatz. Ich befinde mich am Heiderbergsee. Ja, es ist in der Nähe von Köln. Bin mit dem BUMO unterwegs. Ja, so sieht das hier aus. Die Niki ist auch von der Partie. Hallo. Wir sind eine Runde um den See geradelt und waren im Wald und haben zwei leckere Hecken. Hexenröhrlinge. Das wird jetzt mein Mittagessen. Damit will ich es erstmal belassen. Wir machen jetzt schön Urlaub und jetzt gibt es hier lecker Mittagessen. Ja, anschließend wird nochmal in der See gehübt. Wir machen Urlaub.